Hallo zusammen und willkommen bei diesem Video, wo wir uns heute Bitcoin anschauen werden und mit der Hilfe von Technical Analysis uns vielleicht eine Vorstellung machen können, von wo der Preis als nächstes hingehen könnte. Als erstes solltet ihr euch in so einer sauberen Chart, ohne irgendwelche Zeichnungen drauf, am besten in der Monatsansicht als erstes, ein paar Levels anzeichnen, die euch dabei helfen können. Das sind die sogenannten Horizontal Levels und die spielen eine große Rolle als Support und Resistance oder Widerstand und Unterstützungspunkte für die Preisbewegung. Hier zum Beispiel können wir schon mal ein Monatslevel zeichnen, der genau genommen erst heute, heute ist ja der 30. September, also heute um Mitternacht, dann schließt der Monat und dann ist dieser Monatslevel auch als solches zu betrachten. Ein anderes Monatslevel, was eine Rolle spielen kann, ist hier dieser alte Level vom letzten Sommer, Juni 2019. Das sind sogenannte Umkehrpunkte im Momentum, wie ihr sehen könnt, der starken Momentum nach oben. Hier hat sich das Moment nach unten gedreht und ebenfalls hier oben. Der Preis befindet sich jetzt in dieser Gegend, deshalb brauche ich jetzt nicht unbedingt die Levels, die tiefer sind, einzeichnen. Also die Chart soll auch nicht zu voll werden, sondern auch übersichtlich bleiben. Also habe ich jetzt diese beiden Levels als Monatslevels bezeichnet und jetzt kann ich runtergehen zu der wöchentlichen Chart, wo ich ein bisschen mehr Detail habe letztendlich und kann gleich sehen, dass hier rechts hier ein interessanter Umkehrpunkt war. Das kann ich auch einzeichnen. So und das bezeichnen wir jetzt aber als Weekly Level. Und das ist ein Level, was relativ frisch ist, jetzt vom Anfang September. Und es gibt aber natürlich auch Weekly Levels, die letztes Jahr oder sogar früher eine Rolle gespielt haben. Oder hier oben gibt es auch noch ein Weekly Level, was jetzt gerade eine Rolle gespielt hat, nur der ist jetzt sehr nah an unserem Monthly Level. Den lassen wir erst mal weg. Jetzt gehen wir zu der Daily Chart und ihr könnt sehen, dass wir noch mehr Detail dann haben und können besser sehen, dass nach dieser starken Bewegung Richtung 12.000 der ruckzuck ungefähr hier bei 10.000 aufgehört hat und hier sogenannte Support gefunden wurde für einen erneuten kleinen Push nach oben. Erneut Support bei dieser 10.250 Weekly in dieser Gegend und nochmal nach oben. Wie ihr seht, mit diesen Levels können wir uns schon mal eine gute Orientierung machen. Aber am besten benutzt man zusätzliche Faktoren, um sogenannte Confluence oder das Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren zusammen zu betrachten, sodass man mehr Sicherheit hat bei der Entscheidung, einen eventuellen Trade, ob short oder long, zu machen. Dann können wir uns schon mal in der Tagesansicht diesen Tiefpunkt hier nehmen und diesen Höhepunkt hier oben und machen einen sogenannten Fibonacci Retracement. Und jetzt sehen wir schon, dass wir eine Erklärung dafür haben, warum der Preis am 23. September sich bis hierhin zurückgezogen hat und warum es überhaupt eine Kaufreaktion gab. Das sind schon zwei Sachen, die zusammenkommen. Einmal dieses sogenannte Champions Channel oder dieses Fibonacci Retracement zwischen der 61,8% oder 0,618 und 0,66 sowie dieses Weekly Level zusammen. Das heißt, diese Gegend hat auf jeden Fall Unterstützung oder sogenannte Support angeboten bis zu diesem 0,786. Also auf jeden Fall eine interessante Region, wo man guckt, okay, was geschieht hier, was passiert und es ist Zeit, wenn ich zum Beispiel ein Short von hier oben habe oder von hier oben, vielleicht die Richtung zu wechseln. Auf jeden Fall, man kann aufpassen, sich ein Alert hier machen, sodass man eine Benachrichtigung kommt, wenn der Preis hier ankommt, okay, jetzt könnte es interessant werden. Das sind schon mal zwei Faktoren, die wir hier angezeichnet haben. Wenn ihr bei uns ein paar Tools mehr lernt, dann könnt ihr zum Beispiel ein Volumen auch noch dazu nehmen. Ein sogenannter Fixed Range in diesem Fall. Und das zeigt uns, dass das Volumen seit dem 4. September, seit dieser großen Preisbewegung nach unten, bis heute einen sogenannten Point of Control, diese rote Linie, die hier angezeichnet wird, das schneidet sich genau überall mit diesem 0,66 Level. Also wir haben jetzt inzwischen drei Faktoren, diesen sogenannten Golden Pocket oder Champions Channel plus Weekly Level plus ein Point of Control. Also drei Gründe schon, warum hier eventuell ein Preisumkehr zu erwarten ist. Und so macht man das mit Technical Analysis. Man baut sich verschiedene Tools zusammen und natürlich mit dem Inhalt, was wir euch bei Charge Champions anbieten können, könnt ihr immer mehr dazu lernen. Es gibt auch Harmonic Patterns, es gibt auch Alien Waves und auch sogenannte Order Blocks, die ihr auch dazu benutzen könnt, um immer mehr Confluence zu finden. Einer meiner Lieblingstools ist der sogenannte Fibonacci Speed Fan. Den könnten wir jetzt benutzen hier in dieser Tagesansicht. Und den kann man hier unten ansetzen beim absoluten Tiefpunkt am 13. März. Also nicht der absolute, das durch Bitcoin war schon mal niedriger, aber jetzt in diesem Jahr. Von diesem Tiefpunkt bis zu dem höchsten Preis, das war hier ungefähr da, manchmal so ein bisschen wuschig, so, am 16. August, genau. Und dann haben wir hier von dem Tiefpunkt zu diesem Höhepunkt da oben. Und ihr seht schon mal, dass sogar diese Diagonale auch eine Rolle spielen können. Das hat auch als Support fungiert. Kurz drunter gegangen von diesem 382 Fibonacci Speed Fan und sofort wieder oberhalb. Und das bietet jetzt ebenfalls Support. Das heißt, gerade wird an diesem Monthly Level gekämpft mit einer sehr schönen Reaktion von drei Technical Analysis Faktoren, die wir hier gezeichnet haben. Und jetzt würde man erwarten bei so einer Struktur, dass letztendlich, wenn diese Monatslevel erobert werden kann, insbesondere heute Nacht wird es interessanter, wenn der Monatwechsel und Oktobermorgen anfängt, wo endet dieser Monat letztendlich? Jetzt können wir es wieder auf die Monatschart schieben. Sieht alles ein bisschen gequetschter aus. Aber letztendlich kann man dann sehen, endet der Monat unterhalb oder oberhalb von diesem Monthly Level. Das wird sehr interessant. Was wir auch in letzter Zeit festgestellt haben, oder in den letzten Monaten sogar schon, ist, dass Bitcoin eine starke Relation mit dem sogenannten SPX oder IS, wenn ihr die Futures euch anschaut, also den amerikanischen S&P 500. Wir haben einfach ganz einfach festgestellt, wenn dieser Markt stark ist, dann hat Bitcoin auch eine gute Chance, stark zu sein. Und im Gegensatz, wenn dieser Markt sehr schwach ist und wie ihr seht, das ist die Stundenchart, das ist ein bisschen kurz gesehen, vielleicht machen wir so eine Tageschart, dann könnt ihr es ein bisschen übersichtlicher sehen. Wenn sich der Markt so stark zurückzieht, wie jetzt im September, dann wird Bitcoin sich ebenfalls in diesem Zeitraum, da ist es, zurückziehen. Also sie hängen schon ziemlich stark zusammen. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall die Korrelation anschauen, bevor ihr euch für einen Trade bei Bitcoin entscheidet, da es oft eine Rolle spielt, was diese Aktienmarken macht. Und es soll auf jeden Fall als zusätzlicher Faktor mit eingenommen werden in der Berechnung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut gefallen und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann kommt einfach bitte auf chartchampions.com und schaut euch an, was wir an Content für euch zur Verfügung haben. Heute ist Mittwoch und wir werden um 20.30 Uhr erneut einen Contender-Stream haben, wo uns Daniel nochmal neue Theorien, neue Technical Analysis-Instrumente beibringt und oder beziehungsweise vielleicht uns zeigt, was gerade beigebracht wurde als Live-Beispiel. Ich hoffe, wir sehen uns bald und viel Spaß beim Traden. Ciao!